Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier zum Thema TV-Server im Heimnetz mit TV-Headend. In meinem letzten Video zu diesem Thema habe ich euch gezeigt, wie ihr mal ganz generell einen TV-Server im Heimnetz mit TV-Headend und eben diversen TV-Adaptern konfigurieren könnt. Und eines der größten Wünsche von euch, was ich aus den Kommentaren hier entnommen habe, ist, dass ich euch mal zeige, wie ihr eine Fritzbox-Cable als TV-Adapter quasi übers Netzwerk hier in Verbindung mit TV-Headend betreiben könnt. Wie genau das Schritt für Schritt geht und was für Vorbereitungen ihr hierfür noch treffen müsst, das seht ihr jetzt. Nun das erste, was ihr hier für dieses Projekt braucht, ist, wer hätte es gedacht, natürlich eine Fritzbox-Cable. Nun davon gibt es natürlich auf dem Markt unterschiedliche Modelle, mittlerweile vier Stück sind hier aktuell verfügbar. Das ist einmal die Fritzbox 6591, die Fritzbox 6660, dann auch das Modell 6490 und natürlich die 6430. Also da habt ihr eigentlich eine relativ breite Auswahl und das, was wir hier machen wollen, ist auch mit all diesen vier Modellen möglich. Wichtig ist allerdings, dass eure Fritzbox-Cable eine freie Fritzbox ist, also eine, die ihr euch beispielsweise selber gekauft habt. Denn bei vielen, die ihr von einem Provider zur Verfügung gestellt bekommt, beispielsweise in einem Paket mit eurem Internetanschluss, da ist diese DVB-C-Funktion deaktiviert. Die wollen das nicht und ist es dann eben in der Frameware komplett ausgeschaltet. Ihr könnt das auch leider nicht aktivieren. Also achtet hier einfach drauf, dass ihr eine freie habt. Allerdings habe ich noch so einen kleinen Geheimtipp für euch, denn es gibt noch ein Modell, das habe ich hier nicht erwähnt und das findet ihr auch gar nicht auf der AVM, also Fritzbox-Webseite gerade angezeigt. Und zwar ist das der Fritz WLAN Repeater DVB-C. Nun wie es der Name schon sagt, ist das eigentlich ein klassischer WLAN Repeater, die es ja von Fritz, also von AVM, schon in einer großen Breite und Verfügbarkeit gibt. Allerdings hat dieser WLAN Repeater eine Besonderheit, nämlich der hat einen Antennenanschluss. Das heißt, hier könnt ihr dann einfach ein Antennenkabel, ein TV-Kabel anschließen und könnt dann auch somit in eurem Netzwerk dann das DVB-C-Signal freigeben. Dieser Repeater hat natürlich unter anderem den Vorteil, dass der natürlich in den Anschaffungskosten günstiger ist als eine klassische Fritzbox. Benutzen könnt ihr das Ganze aber recht ähnlich. Wie gesagt, ihr schließt euer Antennenkabel an, dann am besten via Ethernet noch in euer Netzwerk rein und dann könnt ihr das genau gleich benutzen. Einen kleinen Haken hat die ganze Geschichte allerdings, denn wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, auf der Fritzbox-Webseite findet ihr den nicht. Liegt daran, dass der gar nicht mehr offiziell von Fritzbox verkauft wird. Das heißt, ihr findet das Gerät leider auch nicht neu auf Amazon oder ähnlichem. Sonst müsst ihr hier einfach bei Ebay mal schauen nach gebrauchten Modellen. Die findet ihr meistens zwischen 20 und 50 Euro. Wichtig zu wissen bei dieser ganzen Thematik ist allerdings, gerade wenn ihr eben eine klassische Fritzbox nutzen wollt, dass ihr hierfür nicht unbedingt einen Internetanschluss über koaxial benötigt. Das heißt, ihr müsst nicht euer Internet über Unity Media, Vodafone oder so weiter beziehen, wo das Internet dann wirklich auch aus dem Kabelanschluss quasi kommt. Denn ihr könnt zum einen die Fritzbox einfach als separates Gerät bei euch im Netzwerk betreiben. Das heißt, ihr habt beispielsweise ein Speedport von der Telekom, hängt dann einfach die Fritzbox an euer Kabelfernsehsignal an und dann eben via Ethernet in das Netzwerk rein. Da könnt ihr die Fritzbox quasi einfach nur als zusätzliches Netzwerkgerät konfigurieren und nutzen. Das heißt, davon seid ihr unabhängig. Aber ihr könnt beispielsweise auch eine Fritzbox-Cable auch als DSL-Modem nutzen. Die Funktion steht hier trotzdem zur Verfügung. Das heißt, ihr habt hier wirklich eine große Freiheit. Das ist also wirklich nicht nur für Leute beschränkt, die auch über koaxial ihr ganz normales Internet empfangen. Alle Fritzbox-Modelle, die ich euch gerade vorgestellt habe, die haben alle vier TV-Tuner verbaut. Außer der WLAN-Repeater, der hat nur zwei Tuner. Nun, was bedeutet das überhaupt, vier Tuner zu haben? Was bedeutet das für euch dann im Use Case? Mit vier Tunern könnt ihr vier unterschiedliche Programme gleichzeitig empfangen. Nun, das beschränkt euch allerdings nicht auf die Clients. Das heißt also, mit wie vielen Geräten ihr im Netzwerk überhaupt gleichzeitig Fernseh schauen wollt. Denn beispielsweise könnt ihr auch mehr als vier Clients haben. Wenn beispielsweise zwei davon das gleiche Signal anschauen, also den gleichen Fernsehsender, dann können das natürlich auch mehr wie vier Geräte sein. Wichtig zu wissen ist einfach nur, dass ein Tuner quasi ein Signal immer ausgeben kann ans Netzwerk. Allerdings gibt es hier noch einen kleinen Haken bzw. eine kleine Herausforderung, denn die Fritzbox gibt pro IP-Adresse nur einen Tuner frei. Das ist für uns tatsächlich ein Problem, denn wir brauchen alle vier Tuner an einer IP-Adresse, an einem Gerät, nämlich an unserem TV-Headend-Server. Das Ganze funktioniert leider auch nicht, dass die irgendwie direkt durchgeschleift werden auf die Client-Geräte, beispielsweise eure Raspberry Pis, die ja per se eine eigene IP-Adresse pro Stück haben. Hier brauchen wir das wirklich alles an einer Quelle und um dieses Problem zu lösen, gehen wir ganz einfach wie folgt vor. Wir weisen unserem TV-Headend-Server einfach mehrere IP-Adressen zu. In Broxmox geht das Ganze wirklich sehr einfach. Da könnt ihr das mit ein paar Klicks machen. Nutzt ihr einen klassischen Server ohne Virtualisierungsebene, müsst ihr hier einfach via Netplan noch weitere IP-Adressen eurem Server zuweisen. Wie genau das alles jetzt aber geht und wie ihr das Ganze konfigurieren könnt, das zeige ich euch jetzt gleich. Wenn ihr euch aber auch noch dafür interessiert, wie ihr denn diese Channel-Icons, also die Logos von jedem Fernsehsender, bei euch in Kodi nebenan und auch natürlich in TV-Headend angezeigt bekommt, dann bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Da gehe ich noch genauer darauf ein, wie das Ganze funktioniert. Wechseln wir aber jetzt mal rüber an den Computer, nehmen noch ein paar Einstellungen an der Fritzbox vor und legen dann mit der Konfiguration in TV-Headend los. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier bei mir auf der Fritzbox angekommen und ich bin auch schon hier in den Bereich DVB-C und dann Sendersuchlauf gewechselt. Wenn jetzt bei euch der Punkt DVB-C nicht angezeigt wird, dann kann das zwei Gründe haben. Der erste Grund ist, ihr habt ja keine Fritzbox-Cable, dann kann es natürlich nicht funktionieren, dann fehlt da einfach die Hardware dafür. Oder der zweite Grund, ihr habt zwar eine Fritzbox-Cable, allerdings eine vom Provider zur Verfügung gestellte. Da ist dieser Punkt hier häufig deaktiviert, könnt ihr leider auch nicht nachträglich aktivieren. Also ihr braucht einfach eine freie Fritzbox-Cable, dann sollte euch das hier angezeigt werden. Wie erwähnt, wechselt dann einfach direkt hier in den Punkt Sendersuchlauf und dann könnt ihr hier einfach den Punkt bzw. die Auswahl setzen bei Standard-Sendersuchlauf und dann den Sendersuchlauf starten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bei mir, wie ihr seht, habe ich das schon gemacht, da wurden auch einige TV-Sender und Radiostationen gefunden. Das heißt, ich führe das natürlich jetzt hier nicht nochmal durch, da hat sich natürlich nichts geändert, aber für euch, wie gesagt, das Durchführen und ein bisschen warten. Und dann könnt ihr dann hier auch schon unter dem Punkt Senderliste mal überprüfen, welche Sender bei euch so angezeigt werden und wenn das alle sind, die ihr so sehen wollt, dann passt das natürlich. Wichtig zu wissen ist bei der Fritzbox-Methode, dass ihr natürlich unter den HD-Sendern nur freie HD-Sender empfangen könnt. Das heißt, so was wie RTL, VOX, HD und so weiter, wo man ein CI-Modul bräuchte, ist hier rein technisch einfach nicht empfangbar. Aber alles andere kriegt ihr auch in HD hier rein. Ist der Punkt an der Fritzbox erledigt, dann würde ich sagen, wechseln wir als nächstes in Proxmox rein. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon meinen TV-Headend-Server ausgewählt und den Status, den ihr jetzt hier von der Installation braucht, ist genau der, den ich auch schon in dem Installationsvideo, dem allgemeinen Installationsvideo von TV-Headend gezeigt habe, bis eben zur Konfiguration der Tuner. Also falls ihr das schon mit einem USB-Tuner gemacht habt, setzt den Container am besten komplett zurück, erstellt den neu, denn hier muss auch das Tuning, die Moxel müssen alle speziell angepasst werden. Geht am besten einfach von einer frischen Installation heraus. Aber wie gesagt, einfach nur unter Ubuntu steuernmäßig installieren. Ihr müsst hier natürlich keine TV-Karte durchreichen, das geht hier auf einem anderen Weg. Ich würde sagen, widmen wir uns doch auch gleich diesem Weg, beziehungsweise dem Punkt des Durchreichens und dafür müssen wir hier einmal in den Punkt Netzwerk rein. Ich mache jetzt hier mal die Ansicht ein bisschen größer, dann sehen wir auch nachher gleich, auf was es ankommt. Wie eingangs erwähnt, ist es ja so, dass die Fritzbox pro IP-Adresse nur einen Tuner freigibt. Momentan hat unser Container, unser TV-Helden-Server auch hier nur eine IP-Adresse. Heißt, wir könnten nur einen Tuner nutzen. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Wir wollen ja auf alle vier zugreifen. Und wie gesagt, das kriegen wir natürlich hier recht einfach hin, indem wir hier drin wirklich, also in Boxbox sehr, sehr einfach mehrere IP-Adressen dem einen Container zuweisen. Nutzt ihr das Ganze auch in einem klassischen Server, also ohne Virtualisierungsebene dazwischen, ist es ein bisschen komplizierter. Gerade bei Ubuntu 18.04 müsst ihr das Ganze mit Netplan konfigurieren. Hier müsst ihr darauf achten, dass ihr Adressen außerhalb vom DHCP-Bereich nehmt, denn die Fritzbox hat Probleme, wenn mehrere IP-Adressen quasi nur einer einzigen MAC-Adresse zugewiesen werden, wenn es eben im DHCP-Bereich liegt. Für Boxbox ist es hier komplett egal, denn wir bekommen je IP-Adresse auch eine eigene virtuelle MAC-Adresse. Zwar ist aber der Fritzbox egal, die sieht das wirklich als eigenständiges Gerät an. Also legen wir los. Es ist wirklich hier sehr, sehr einfach, das zu machen. Ihr klickt einfach auf Hinzufügen und gebt dann hier einen Namen ein. Ich würde in der Schreibweise hier bleiben, also statt F0 nehme ich jetzt hier F1 quasi und gebe jetzt hier eine neue freie IP-Adresse ein. Wie gesagt, das kann hier auch, wenn ihr möchtet, im DHCP-Bereich liegen. Das ist gar kein Problem. Ich würde euch beispielsweise aufeinanderfolgende IP-Adressen für die Adapter empfehlen. Es ist ein bisschen einfacher. Wie ihr seht, der Gateway ist natürlich immer der gleiche. So, mehr Einstellungen mache ich hier gar nicht. Ihr kennt das. Das ist sehr bekannt dessen oder ist im Endeffekt genau das, was ihr auch bei den initialen Einrichtungen von einem LXC-Container seht. Also nichts Neues eigentlich für die meisten. Können wir auf hier hinzufügen. Klicken und wie ihr seht, wir bekommen jetzt auch hier wirklich für jede IP-Adresse eine eigene MAC-Adresse. Und das ist in dem Fall wichtig für uns. Nun, genau so mache ich das jetzt noch ganze zweimal, also, dass ich insgesamt vier IP-Adressen habe. So, wie ihr seht, ich habe jetzt insgesamt vier IP-Adressen hier für diesen Container. Eben die letzteren hier sind für die Adapter. Für den vierten Adapter nehmen wir einfach die Host-IP. Das funktioniert. Und eben auch jeweils hier eine separate MAC-Adresse. Gut, das Ganze wäre jetzt dann auch schon eingerichtet. Was wir jetzt eben machen müssen, damit das der Server auch hier quasi übernimmt, ist den einmal neu starten. So einen direkten Restart gibt es jetzt hier für den Container nicht. Deswegen fahren wir den einmal runter. Und sobald er runtergefahren ist, starte ich ihn wieder. So, der Server ist wieder da. Das heißt, wir können jetzt einfach mal das Web-Interface von TV-Headend aufrufen. So, wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt hier auf dem Status gelassen, dass ich quasi TV-Headend frisch installiert habe, aber noch nicht konfiguriert. Deswegen auch hier, wie im letzten Video auch gezeigt, ich breche diesen Wizard hier ab. Der ist jetzt für uns nicht wirklich hilfreich und mache das Ganze quasi manuell hier. So, auch hier brauche ich jetzt vorerst keine weiteren Einstellungen mal vornehmen. Ich lasse das hier bei der Standardsprache Englisch und auch bei allen anderen Standardeinstellungen. Als erstes gehen wir jetzt mal in den Punkt DVB-Inputs und wie wir sehen, uns wird jetzt hier auch schon die Fritzbox-Cable angezeigt mit allen vier Tunern. Wie gesagt, kommt natürlich auf das Modell genau an, welches ihr hier verwendet, ob ihr zwei oder vier Tuner habt. Und wenn ihr eine 6490 beispielsweise habt, und euch werden nur zwei angezeigt, dann würde ich euch empfehlen, hier bei der Tuner-Configuration immer auf DVB-C-4 zu stellen. Könnt ihr auch mal haben, wenn euch alle vier angezeigt werden. Dann ist es auf jeden Fall richtig gestellt. Einmal auf Save gehen und dann sollten auf jeden Fall die vier Tuner angezeigt werden. So, jetzt müssen wir aber nochmal kurz aus den Tunern raus und erstmal in den Bereich Networks hier reingehen. Und zwar müssen wir jetzt ein neues Network anlegen. Dann gehen wir einfach hier auf Add und bei dem Type, dann nehmen wir nicht irgendwie SAT, auch wenn es eine SAT-over-IP-Connection eigentlich ist. Wir nehmen ganz normal DVB-C und können jetzt hier Namen vergeben. Ich nenne das Ganze jetzt hier einfach mal, wie mein Anbieter auch, Unity Media. Das ist jetzt nämlich auch gleich das nächste Thema. Ihr könnt hier jetzt eine sogenannte Predefined-Muxes-Liste auswählen. Dann müsst ihr einfach mal schauen, dass ihr das nehmt, was für euren Anbieter, für euren Bereich passt. Natürlich solltet ihr am besten im Bereich Germany schauen und bei mir wäre es jetzt hier eben direkt Unity Media. Aber wie ihr seht, da gibt es auch was für viele andere Anbieter. Jetzt müssen wir hier im Unterschied zu normalen Konfigurationen, beispielsweise mit einem DVB-C-USB-Adapter, noch ein paar Einschränkungen vornehmen. Und zwar wechseln wir hier von New Muxes Only auf New Muxes plus Changed Muxes. So, und wir entfernen hier den Haken bei Skip Startup Scan. So, und dann können wir hier auch schon auf Create klicken. Jetzt wechseln wir hier zurück auf die TV-Adapter und jetzt müssen wir hier einen nach dem anderen durchkonfigurieren. Da gibt es quasi keine Aktion, wo das für alle gleich durchführt. Müssen wir hier einfach Stück für Stück manuell machen und ich zeige euch jetzt mal, was man hier einstellen muss. Als erstes natürlich Enabled. Wir wollen den benutzen. Dann wählen wir das eben erstellte Netzwerk hier einmal aus. Dann solltet ihr schauen, dass hier die zwei Haken bei Initial Scan und auch bei Idle Scan gesetzt sind. Den Next Tune Delay, den legen wir hier von 50 auf 200 hoch. Dann läuft das Ganze ein bisschen flüssiger. Ihr solltet schauen, dass der Haken hier bei Send Full Play Command gesetzt ist. Und ihr solltet auch schauen, dass hier bei Pass Subscription Weight das Ganze auf 1 steht. Und hier bei Pass Spec Inf, da müsst ihr schauen, dass das Ganze auf On gestellt ist. So, und dann kommen wir auch schon zum Punkt Tuner Bind IP Address. Da geht es jetzt eben um die vorhin eben zusätzlich erstellten IP Adressen. Nun, und die gebe ich jetzt hier ein. In meinem Fall jetzt einfach mal die erste, die ich hier hinterlegt habe. So, und dann kann ich hier auch schon auf Save gehen. Und wie ihr seht, der erste Adapter wird jetzt hier auch schon grün angezeigt. Nun machen wir mit dem zweiten weiter. Ihr seht natürlich, das Gleiche ist auch hier wieder einzustellen. Gleiches Netzwerk solltet ihr hier wählen. Wir passen hier wieder das Tune Delay an, setzen das Ganze hier nach, setzen das jetzt hier schön auf On und passen dann auch hier noch die Tuner Bind Address an. So, und genauso meint es jetzt auch für die restlichen zwei Tuner. Ich habe ja noch eine separate IP Adresse übrig und für den letzten nehme ich quasi die gleiche IP Adresse des Hosts, also das Container ist hier beispielsweise auch die, die ihr im Browser eingibt. Das mache ich jetzt mal noch kurz. So, wie ihr seht, alle vier Tuner sind bei mir jetzt hier grün. Das ist alles durchkonfiguriert. Jetzt gehen wir mal auf den Punkt Muxis. Das ist quasi unsere Sendersuche. Wie ihr seht, direkt ab dem ersten Tuner quasi hat es auch angefangen, hier Sender zu suchen. Solange hier bei einigen allerdings noch Pen steht, ihr seht, es geht jetzt hier langsam alles durch, läuft der Sendersuchlauf noch. Und ja, da müsst ihr jetzt einfach mal warten, bis hier überall Idle steht und dann können wir weitermachen. So, bei mir ist jetzt der Suchlauf hier quasi abgeschlossen. Wie ihr seht, überall habe ich den Scan-Status hier Idle. Nun, jetzt können wir weitermachen und mal in den Tab Services hier rein wechseln. Hier werden euch jetzt die ganzen Sender, die gefunden wurden, angezeigt. Am besten, ihr ändert hier einfach mal die Ansicht auf All und dann könnt ihr da ein bisschen durchklicken. Das leckt dann zwar manchmal ein bisschen, aber ist trotzdem die praktischste Ansicht. Und hier seht ihr jetzt die ganzen Sender. Grundsätzlich müssen wir die jetzt eben mappen. Da habt ihr die Möglichkeit, alle zu mappen. Da könnt ihr dann einfach hier den Auswahlpunkt MapAllServices nehmen. Ist da ein bisschen unpraktisch. Ich würde eher die auswählen, die ihr tatsächlich dann auch sehen möchtet. Macht es dann auch nahe vom Sortieren her leichter. Und das Auswählen, das geht ganz einfach. Ihr klickt einfach mal den ersten Sender an, den ihr haben möchtet. Beispielsweise jetzt diesen hier. Haltet Steuerung oder Command, je nachdem wo ihr gerade arbeitet, an welchem Gerät gedrückt und klickt dann einfach den nächsten Kanal an und arbeitet euch komplett so durch, bis ihr alle Kanäle zusammen habt, die ihr dann nachher auch empfangen möchtet. So, wenn ihr dann alle ausgewählt habt, die ihr haben möchtet, geht ihr einfach hier oben auf MapSelected und wählt dann den Punkt hier oben MapSelected Services aus. Hier müsst ihr darauf achten, dass die Optionen wie folgt gesetzt sind. Das kann ein bisschen anders sein als bei den Voreinstellungen, die bei euch vielleicht drin sind. Also oben keine Haken und unten alle, das wäre hier die passende Einstellung. Dann könnt ihr hier auch schon auf Map Services klicken. So, wenn das bei euch dann auch hier so aussieht wie bei mir, eben die Anzahl der von euch gewählten Sender und dann 0 bei Ignored und Failed, dann habt ihr das soweit geschafft. Jetzt können wir hier direkt mal in den Punkt Configuration nochmal reingehen und dann hier auf den Punkt Channel EPG und dann EPG Grabber. Hier solltet ihr noch diesen Wert hier von 600 auf 30 Sekunden anpassen, und dann auf Save klicken. Wechseln wir jetzt hier auch direkt mal zu dem Punkt Channels, da seht ihr jetzt alle von euch gerade gemappten Sender. Nun, wenn ihr die jetzt sortieren wollt, geht das relativ einfach, einfach anhand dieser Nummer hier, wie ihr seht. Das sind halt die vordefinierten Nummern und die könnt ihr jetzt anpassen. Möchtet ihr jetzt zum Beispiel hier SWR auf dritter Stelle stehen haben, dann bearbeite ich einfach die voreingestellte Nummer, trage hier eine 3 ein und wenn ich dann rausklicke, kann ich hier auf Save klicken, lasse das Ganze dann eben nach der Nummer sortieren und dann wird mir das hier auch passend angezeigt. So könnt ihr das natürlich jetzt hier für alle Sender durchgehen. Aber grundsätzlich mal ist der Empfang jetzt soweit eingerichtet. Ich würde sagen, schauen wir uns aber auch nochmal in Kodi direkt an, ob das Ganze funktioniert, ob die Qualität passt, das von den Sendern her alles. Und bevor ihr das macht, müsst ihr einfach daran denken, noch einen User hier für Kodi einzurichten, dem die entsprechenden Rechte zu geben und auch ein Passwort. Wie genau ihr das machen müsst, das habe ich im initialen Video gezeigt, wie ihr eben TV-Headend einrichten müsst. Da könnt ihr das dann einfach nochmal nachschauen. Wechseln wir aber jetzt mal rüber kurz zu Kodi. So, wie ihr seht, bin ich jetzt hier auf dem Raspberry Pi mit Kodi angekommen. Wie ihr Kodi auf einem Raspberry Pi installieren könnt, Video habe ich dazu gemacht, findet ihr natürlich verlinkt. Und auch zum Thema, wie man TV-Headend mit Kodi dann verbinden kann, auch dazu findet ihr ein Video verlinkt, da habe ich auch eine ausführliche Anleitung dazu erstellt. Im Übrigen ist es für die Verbindung von Kodi und TV-Headend, egal ob ihr das jetzt hier bei einer Fritzbox oder einer klassischen TV-Karte macht. Nun, wie ihr seht, die von mir eben gemappten Sender, die werden hier schon alle angezeigt, sind bei mir jetzt hier nur öffentlich-rechtliche, aber ist ja auch ganz egal, ihr könnt da auch andere private hinzufügen, wenn ihr das natürlich möchtet. Und wie ihr seht, das EPG funktioniert auch schon, denn es wird mir angezeigt hier. Hier seht ihr vor allen Dingen auch an der rechten Seite hier eben die Infos über die Sendung, wie weit die noch läuft. Also das passt schon mal alles, das ist hier aktuell, das funktioniert also gut. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal an, wie die Bildqualität ist, ob hier auch sauber quasi ein Sender empfangen werden kann. Ich wähle jetzt einfach mal ZDF aus. Und wie ihr seht, das sieht doch ziemlich gut aus. Hier sehen wir auf jeden Fall ein sehr sauberes, klares Bild, das ist definitiv auch HD. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen durchzappen quasi, dann wird uns auch hier der nächste Kanal ohne Probleme angezeigt. Auch das funktioniert sehr gut. Und auch natürlich würde das genauso, hier unten könnt ihr dann euch auch alle anderen Sender anzeigen lassen, genauso funktionieren. Da könnten wir jetzt auch hier einfach mal durchzappen, uns andere Sachen anschauen. Und wie ihr seht, das funktioniert hier auch ohne Probleme. Also würde ich sagen, ist die Installation von TV-Hitlin in Verbindung mit einer Fritzbox-Cable erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, das Ganze hat jetzt auch bei euch auf Anhieb funktioniert. Wie ihr seht, so komplex ist das gar nicht und bietet natürlich einige Vorteile im Vergleich zu einer normalen TV-Karte. Denn beispielsweise eine Fritzbox habt ihr eh schon vielleicht im Netzwerk im Einsatz und braucht so keine zusätzliche Hardware. Und alles, was ihr dann an eurem Server braucht, ist nicht mal ein USB-Port, geschweige denn ein PC-E-Anschluss, sondern einfach nur ein LAN-Kabel bzw. LAN-Anschluss. Und das sollte dann doch wirklich jeder Server haben. Wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, wie ihr nun bei den ganzen Kanälen, die bei euch dann in Kodi angezeigt werden, das passende Sender-Logo nebenan angezeigt bekommt, dann habe ich dazu ein ausführliches Video, eine ausführliche Anleitung auf meinem Patreon-Kanal gemacht. Findet ihr natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Das war es dann auch schon zu diesem Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt auf diesem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Ansonsten findet ihr hier an der Seite noch weitere Videos zu relevanten Themen, auch einige Videos von mir zu Fritzbox hier noch verlinkt. Nun, zum Schluss sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.